SWR 2 lesenswert. Kritik. Auf Demonstrationen gegen Rassismus sind immer wieder Menschen zu sehen, die Schilder hochhalten, auf denen Sprüche stehen wie Make love not war oder Love is the answer. Shada Kurt erklärt in ihrem neuen Buch Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist, dass Liebe allein nicht die Antwort sein kann. Denn unser westliches Konzept von Liebe sei geprägt von Sexismus und Rassismus, Kapitalismus, Kolonialismus und Heteronormativität. Beziehungen sind keine luftleeren Räume. Strukturelle Privilegien und Diskriminierungen heben sich auch in romantischen Beziehungen nicht auf. Denn um Beziehungen spannt sich kein Netz, das politische Strukturen auffängt und sie unwirksam macht. Dabei ist unsere Idee von romantischer Liebe weder absolut noch naturgegeben und schon gar nicht alternativlos. Dieses Konzept ist historisch gewachsen und menschengemacht und deshalb kann es auch verändert und neu gedacht werden. Genau das fordert Shada Kurt. Dass wir die Normen, die unsere Beziehungen prägen, als kulturelle Konventionen erkennen, aus denen sich Hierarchien ergeben und angebliche Abweichungen. Eine dieser Normen ist die Monogamie. Seit jeher hegten Cis-Männer ein großes Interesse an einer Verpflichtung ihrer Ehefrauen zur Monogamie. So wollten sie sichergehen, dass ihre potenziellen männlichen Erben tatsächlich ihre genetischen Nachfahren waren. Es ging und geht um die Wahrung von Besitzverhältnissen. Um diese Verhältnisse zu wahren, darf die Frau nur ihrem Ehemann gehören. Es geht bei Shada Kurt aber um viel mehr als nur darum, ob exklusive romantische Beziehungen noch zeitgemäß sind oder nicht. Ihr geht es um Grundsätzlicheres. Eine neue Form der Liebe heiße nicht weniger Verantwortung oder Unverbindlichkeit. Sich gegenseitig Versprechen zu geben, sei wichtig. Aber das gelte eben genauso für Freundschaften, Familien und andere Gemeinschaften wie für Beziehungen. Ein Versprechen ist die Entscheidung, einen anderen Menschen als Konstante in das eigene Leben aufzunehmen und nach gemeinsamen Wahrheiten zu suchen. Es ist die Entscheidung, die eigene Gegenwart und Zukunft mit der Gegenwart und Zukunft anderer Menschen zu verweben. Hier könne unsere Gesellschaft von queeren Beziehungen lernen. Lesbische, nicht-binäre und trans-Personen hätten Konzepte von Liebe, Familie und Intimität geschaffen, die sich notwendigerweise gegen die Norm auflehnen. Familie und Elternschaft zum Beispiel, die nicht an Verwandtschaft oder romantische Beziehungen gebunden sind. Langfristiges Zusammenleben mit Freundinnen anstatt mit einem Partner. Diese Konzepte könnten für eine neue Form der Zärtlichkeit stehen. Shada Kurt nähert sich ihrem Thema, der radikalen Zärtlichkeit, in Kreisen, in assoziativen Ketten an. Mal sind die Kreise klein, mal so groß, dass man das Gefühl hat, abzudriften. Doch soweit ihre Gedankensprünge auch sind, am Ende bekommt sie den Kreis wieder geschlossen. Auch der Aufbau ihres Buchs lebt von Einschüben und Zwischeneinwürfen. Hier ein Glossar, das Begriffe wie Cis-geschlechtlich erklärt, dort ein E-Mail-Verlauf mit der Philosophin Silvia Federici. Dazu kommt ein sogenanntes Alphabet der Zärtlichkeit. Und sogar Karl Marx kommt in einem fiktiven Interview zu Wort. So wirkt radikale Zärtlichkeit zeitweise wie ein buntes Sammelalbum, in dem sich persönliche Erlebnisse und historische Abrisse mit philosophischen Theorien abwechseln. Das ist spannend und unterhaltsam. Manchmal aber würde ich als Leserin gern tiefer in eines der Themen einsteigen, anstatt schnell ins nächste geworfen zu werden. Wer Texte von Eva Illus, Belle Hooks oder Erich Fromm gelesen hat, dem wird in radikale Zärtlichkeit einiges bekannt vorkommen. Shada Kurt trägt aber nicht bloß zusammen, was schon einmal geschrieben wurde. Sie setzt diese Texte in einen aktuellen Kontext, durchleuchtet sie aus ihrer feministischen und antirassistischen Perspektive. Heraus kommt dabei ein lesenswertes und hochaktuelles Plädoyer für eine neue Form der Liebe. Shada Kurt, radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist. Bei HarperCollins erschienen, 224 Seiten, 18 Euro.